Ich bin Nicola Böker Giannini. Ich habe Sport studiert und meine Leidenschaft ist das Subfahren. Heute probiere ich es mal mit Canu Polo auf dem Niedernäuendorfer See. Ich bin im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses. Für die Sportvereine setze ich mich auch in Zukunft gerne weiter ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017